so hallo an alle willkommen zu einem weiteren video, ich habe gestern in minecraft nur das fehler gemacht und hier nochmal zu den Papageimen gibt es eine Neuerung, wir sind in der Zwischenzeit im Snapshot so hallo an alle willkommen zu einer weiteren Snapshot Vorstellung, wir sind im Snapshot 16W313B stimmt und wir haben die Papageile, diese sind zwar in 4 Farben zu verschenken bzw. 4 Farben verfügbar ab sofort darf ich euch mal so spoilern, sind es 5, ich versuche jetzt hier welche zu spawnen hier haben wir den, hier haben wir den Kerl grey, also grau und weiß, naja nicht die beste Eigenschaft, ja ich habe jetzt letztens einen Fehler gemacht und sowas slash das ist im Laufe des Befeils laufen oder, ja oder die noch hoch-unterstrich ist Lukas 1607 g es sind es nur 7 um ja und dann kann ich jetzt mal so Schäppchen Knolletschburg das ist das grüne Buch dass ihr hier seht ja und wenn ich mal User es geht wahrscheinlich nur Survival ich kann es nicht benutzen, weil ich kein Rezept da eingegeben habe also ich haben möchte ok also man muss beim Commander ausführen und auch das Rezept eingeben was man erlernen möchte es gibt auch noch etwas um weitere Rezepte zu erlernen also dann lasst Knolletschau 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 Knolletschau